Warum ist die bürokratische Last so hoch? Nun, weil Bürokratieverwaltung ja quasi der Staat ist. Und der Staat, und das ist ja gut, man muss also verstehen, dass die Bürokratie entsteht aus etwas Gutem heraus. Wenn man nur sagt, das sind alles Idioten, versteht man nicht, wo das Problem ist. Es ist etwas Gutes, denn der Staat macht ja keine Fehler. Der Staat macht keine Fehler. So weit, so gut. Euch haben sie so ins Hirn geschissen und vergessen umzurühren. Ihr habt nur Scheiße im Schädel und den gibt davon.